Musik Hallihallo alle Fühne, meine lieben Freunde und Herren zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Es ist schon ein bisschen älter, ähm, um genau zu sein, lass mich lügen, warte mal, ich guck mal nach. 2013? 2013? 3 Jahre? Nee, ist das schon älter oder nicht? Ich bin ja mal wirklich schon älter. Naja, ist ja auf jeden Fall egal. Ähm, ja, ist egal. Jetzt kommen wir zu einem neuen Spiel, und zwar die Sims 3. Wieso nicht die Sims 4, sondern die Sims 3, weil mir persönlich die Sims 3 einfach besser gefällt. Okay, ich hab im Vergleich jetzt, ähm, Sims 4, Sims 3 noch nicht gespielt, aber Sims 3 hab ich gespielt. Ja, gefällt mir. Wir wollen ein neues Spiel machen, es hat wirklich was anderes können wir nicht. Weil ich hab jetzt noch keine, äh, Erweiterung. Ich hab hier jetzt noch, äh, Late Night League, Luxus Accessoires und, äh, Stadt Accessoires hab ich, glaub ich, auch noch irgendwo. Das werd ich auch noch nach und nach installieren. Dann kommt das dazu. Aber jetzt erst mal nur das Standardspiel. Ja, legen wir doch direkt mal los. Äh, wir sehen uns, ja, warte mal. Moment, du bist nicht angemeldet. Was? Wir haben, äh, äh, es wird empfohlen, dass wir, äh, ich bin nicht, nein, ohne Anmeldung fortfahren. Gut, den Ladebildschirm schneide ich raus. Bis dahin und, ja, bis gleich. Bis dahin und, ja, bis gleich. Bis dahin und, ja, bis gleich. Bis dahin und, ja, 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 bis dahin und Gucken wir doch mal, was dabei rauskommt. Wunderschön. Und habe ich irgendwo ein Foto von mir, dass ich mich mal selbst sehe? Warte mal, ich suche mal schnell ein Foto raus. Galerie. Kamera. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Nee, ich habe ein anderes. Warte. Ich habe es gleich. Warte mal, wo habe ich denn meine... Ich habe keine Fotos von mir. Äh, nee. Hm, hier. Ja, das ist doch gut. Perfekt. Ich habe ein Foto gefunden. Ich versuche mich jetzt erstmal nachzubauen. Wir fangen mit dem Gesicht an. Achso, als Vorname Anton. Nachname, wie nenne ich mich? Meinen richtigen Namen kann ich ja nicht nehmen, ne? Ähm. Turbo. Nee. Äh, aha. Produkzio. Anton Produkzio. Geschlecht ist männlich. Alter, ich bin... junger Erwachsener oder Teenager? Nee, ich bin junger Erwachsener, ne? Ja, junger Erwachsener. Ich habe Hautfar... Nein. Normal. So, ich bin ein bisschen bräunlicher, ne? Eher so ist gut. Nein. So. Auch nicht. Muskeldefinition anpassen. Patz. Jetzt hätte ich gerne... Warte mal, jetzt... Mach mal bitte so. Genau, dann sieht man das besser. Äh, nie. So. So, so. So ist gut, glaube ich, oder? Äh. So. Würde ich fast sagen. Kann man eigentlich... Warte mal. Optionen. Ähm. Grafik. Was ist hier? Sim-Time. Ja, ja. Warnung. Neustart. Äh. Bitte startet das Spiel neu. Okay. Ja, ja. So. Ja, ja. Wir starten dann einfach das Spiel nochmal neu, oder was? Ähm. Das hätte ich auch vorher machen. Okay, fällt mir grad mal auf. Kantenglättung meinetwegen. Oder? Niedrig. Mittel. So. Tada. Sehr schön. Na ja, gleich viel besser. Ne? Ja, doch. Das sieht gut aus. Würde ich fast sagen. Ah, jetzt ist das Bild ausgegangen. Gut. Äh. 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 Nein, möchte ich nicht. Danke. So. Gehen wir als erstes mal ins Gesicht. Ähm. Ich hätte dich gern von vorne direkt. Ne. 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 Äh. 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 Ne. Äh. Ja, das passt schon besser. Würde ich fast sagen. Gehen wir als erstes mal ins Gesicht. So. Augen. Als erstes mal habe ich braun. Ist das braun? Ich habe. Nie. 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 Das kann jetzt natürlich ein bisschen langwieriger werden. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Ich sehe mich so traurig. Ich bin auch kein Chinese. Nein. Die sind alle so klein. Wieso sind die Augen alle so klein? Erweitert. Ah, ja. Das ist doch schon besser. So. Fangen wir mal mit den Augenbrauen an. Ja. Eher so. Ich habe ein freundliches Gesicht. Die sind relativ... Ich habe keine Rundungen da. Das sieht jetzt traurig aus. So, würde ich sagen. Ja, so ein... Ja. Nee. So, würde ich fast sagen. So, Augen. Oberes Augenlid. Ja, so. Ganz so weit habe ich die Augen denn doch nicht auf. So passt das schon eher. Unteres Augenlid. Ja. Das wird so kompliziert sein, das sage ich euch. Was ist das jetzt? Augenhöhe. Eher so. So ist gut, würde ich fast sagen. Augenhöhe. Der ist ziemlich gerade so. Augenspitze ist... Das da, okay. Eher so. Aber ich habe doch nicht so kleine Augen. Leute. Okay, das sieht merkwürdig. Alter. Sieht aus wie ein Alien, der letzte Wing hat. So. Ich habe aber auch ein buschigere Augenbrauen. Da müssen wir auch noch ran. Äh, Augenform. Ja, so. Genau. So, jetzt brauche ich noch größere Augen. Augengröße. Ja. Ja, jetzt sagt mein Handy hier, mach mal Google auf. Ha. Gut. Ne, so groß ist die denn doch nicht. Was hat der denn jetzt schon wieder? So. Ja, ganz so groß. Augenhöhe. Ne, tiefer. So. Augen drehen. Ne, ich habe relativ gerade Augen, muss ich sagen. Fällt mir gerade mal auf, das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Sieht aber gerade voll merkwürdig aus. Hm. Na, mal sehen, ob wir das hinkriegen. So, Augenabstand. So, würde ich sagen. Augenhöhe. Ne, da habe ich eine relativ... Genau. Naja, so fast. Augenfülle. Hier drin? Ne, ist das ein Mittelding? Ja, da sieht man schon mal, ich habe immer Augenringe. Ja, machen wir so. Alter. Nein. Boah, geil. Nein, lassen wir so. Ja, die Augen können... Kann man so genehmigen. Die Nase könnte fast so bleiben, aber ich hätte gerne Nasenrücken noch ein bisschen breiter. Das ist natürlich geil, dass man in Sims 4 das alles so hier durch die Gegend ziehen kann. Aber naja. Nasenrücken tiefe. Ja, so würde ich fast sagen. Nasenrückenbreite, da wollte ich hin. Ein kleines bisschen breiter, so. Nasenspitze. Kann eigentlich direkt so bleiben. Ja, das passt. So ziemlich fast. Vielleicht noch ein bisschen breiter. Nasenrücken. Oh, keine kleine Nase. So. Jetzt hätte ich gerne nochmal... Höhe. Ne, so. Nasenrücken. Ruhig. Ich habe doch nicht so einen dicken... So. Perfekt. Der Mund kann meinetwegen so bleiben. Ja, habe ich, ja. Hm, 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 hm. Nasenbreite. So wollte ich das. Genau. Guck mal. So, das reicht. So, wir wollen hier ja auch nicht zu viel dran. Ne. 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 Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Nee, nee. Der ist ja total unfreundlich. Nee. Ja, doch, so geht's. Gesichtsmerkmale. Mundbreite. Guck mal, sieht gleich... Ein breiter Mund sieht viel freundlicher aus. Ne, nicht ganz so breit. So. Mundhöhe. Nur ein Stück tiefer würde ich fast sagen. Mundtiefe. Da verändert sich ja kaum was. So, was haben wir denn hier noch so? Ne, ich bin eher ein freundlich gesungener Mensch. Genauso sieht das auch gleich viel freundlicher aus. Die habe ich nicht so doll, diese Falte da. Oder wie viel da rum ist. Wir wollen mal mit der Nettigkeit nicht unter... Äh. Ja, doch, so. Ich sehe ein bisschen aus wie ein... Also hier, das passt alles noch nicht so ganz. Ich würde gerne nochmal auf den Kopf gehen. Guck mal, da kann man das ja nochmal selbst ein... Hier muss ich nochmal hin. Kieferbreite. Genau, das geht schon gleich viel besser. Kieferform. Ja, guck mal, das sieht gleich viel besser aus. Kieferhöhe. So. Unterbiss. Nein. Gibt es auch Überbiss? Ne. Kinnfülle. Kinn kann so bleiben. Kinn ist gut so. Ohren können meinetwegen auch so bleiben. Gesichtsprofil. Was verändert das? Ja, doch. So. Kopfbreite. Eher schmalen Kopf. So ist gut. Gesichtshöhe. Ne, 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 ne. Wir wollen ja mal kein Alien erschaffen, ne? So. So. So ist gut. So ist gut. Dann sind wir damit fertig. Augen haben wir fertig. Nase haben wir fertig. Mund haben wir fertig. Sommersprossen. Ich hab keine Sommersprossen. Schönheitsfleck. Schönheitsfleck. Was ist der zweite? Ach, da am Auge. Ach du Kacke. Ach du Kacke. So. Make-up brauchen wir nicht. Tattoos. Tattoos. Logisch. Logisch. Nein, ich hab keine Tattoos. Mach das weg. So. Frisuren. Erstmal hier. Äh. Ja, logisch. Kann der sich mal umdrehen, bitte? Dreh dich mal um, bitte. Äh. Was hab ich denn für ne Haare? Das passt zu mir. Das passt definitiv zu mir. Ja, ist ja ne sehr geile Auswahl hier. Muss ich wohl das hier nehmen. Äh. Braun. Nee. Das. Nee. Das ist gut. Das ist gut. Auch wenn mir die Frisur noch nicht ganz so gefällt. Nee. Ja, das passt schon eher. Dreh dich mal um, bitte. Ja, der sieht nicht ganz so aus wie ich, aber ist egal. Im Gesicht meine ich jetzt. Man könnte da natürlich einiges mehr, aber ich will damit auch nicht ganz so viel... Da. Hoho. So, jetzt brauche ich mein Bild wieder, damit ich meine buschigen Augenbrauen sehe. Da bitte. Nee. Das da brauche ich... Nein, nicht grau. Das brauche ich, genau. Das ist alles ganz schön verschwommen, ne? Kann ich das nicht mal... Warte mal, kann ich das nicht noch ein bisschen besser machen? Äh... Sim Details sehr hoch. Ja, ja, ich weiß. Sichtbare Flächen... Kanten, Glättung machen wir auch komplett hoch. Licht und Schatten, Baumdetails... Texturendetails. Zack. Starten wir mal immer noch... Ach, du Kacke, das wird ja immer schlimmer. Warte mal. Optionen. Machen wir mal die Kanten, Glättung aus. Alter, das ist ja jetzt noch schlimmer als vorher. Machen wir mal sim Details. Kann man nicht auch hier Standard so auf Standard zurückstellen? Licht und Schatten. Jetzt ist es jetzt besser? Kann ich mir an sich... Öh, nein. Weg damit. Ich will nicht die Größe verändern. Und nicht wundern, wenn das ab und zu rauscht. Mein Kabel vom Mikrofon ist kaputt. Kaputt, kaputt. Hm, was haben wir denn hier noch so? Allgemeine Einstellungen, Spülanteil, Musik... Achtung! Warte mal, ich mach... Das ist so nervig. Äh, mein Vater hat mir jetzt, beziehungsweise ich hab mir jetzt ein neues Kabel bestellen lassen. So, nicht 16 zu 9 hätte ich gerne. So, okay. Ist jetzt besser, oder was? Alter, es nervt mich einfach nur. Naja, das ist ja ein bisschen doof, ne? Dass das hier nicht ganz so schön aussieht, aber ist egal. Figuren können nach Outfit-Kategorie oder für alle Kategorien festgelegt werden. Äh, Frisuren, nicht Frisuren. Ja, ich hab lange Wimpern. Ich hab voll Naturwimpern. Super nice. Nein. Obwohl, das passt. Nee. Nein. Nee, so auch nicht. Ich würd sagen, wir nehmen die. Bart. Nee, ich bräuchte eigentlich nur hier so. Hier so, da so. Nee. Nee. Sowas hier brauch ich. Genau, guck mal. Ja. Sowas brauch ich, weil ich bin hier total bärtig, bis ich mich rasiere. Ich bin ja hier mehr bärtig, als da außen. Das passt so, das kann so bleiben. Was ist das? Körperbehaarung hab ich. Nein, den Muskeln müssen wir noch was ändern. Wo war ich jetzt, Frisuren, bei der Behaarung? Da. Nein, ich bin... Nicht mal so hab ich. Okay. Rückenhaare. Achselhaare. Ach nee, Armhaare. Aber Beinhaare hab ich. Vielleicht. Das ist schon zu doll. Ja nee, ist logisch. So ungefähr. Armehaare hab ich bloß ganz leicht. Genau. Noch leichter sogar. Nee. Aber ich hab auch... Das find ich lustig. Aber hier an den Muskeln müssen wir noch was ändern. Na, erstmal zieh dir mal dein T-Shirt aus. Der würde ich gut finden. Kann man das aussuchen? Keins? Ich hätte das gerne in der Kategorie gar keins. Aber müssen wir das anders machen. Ich muss hier mit runter gehen und da runter gehen. So. Jetzt vielleicht? Nee, auch nicht. Ich brauch noch ein bisschen mehr Dickigkeit. So, so. So, vielleicht? Ja, das passt schon besser. Auch wenn es immer noch ein bisschen wenig ist. Hier brauch ich noch mehr am Bauch. Muss ich Muskeldefinition komplett weg machen? Geht's denn? Ja, so würde ich sagen. Gut. Passt so. Damit war ich fertig. Damit war ich fertig. Kleidung. Die Hose muss dringend geändert werden. Das T-Shirt kann meinetwegen so bleiben. Mich sieht man am häufigsten in grünen Hosen. Nein, Scherz. Sowas ist doch gut, oder nicht? Nee, das sieht alles gleich aus in meiner Grafik. Wuhu. Nee. Okay, ich nehm kurze Hosen. Ja, die ist gut. So. Was haben wir hier noch? Oh mein Gott. Was ist das jetzt? Alltagskleidung. Da behalte ich das. Abendkleidung. Mardun, Sir. Abendkleidung. Da habe ich was ganz besorgen. Oh Gott. Nein, bitte nicht. Ja, das ist gut als Abendkleidung. Schlafanzüge. Nee. Ich bitte dich. Das ist gut. So, das ist Nachtkleidung. Sportbekleidung. Stinknormales T-Shirt. Handy ist logisch, Anton. Das. Und. Sollen das Jogginghose sein? Ja, den hätte ich gerne einen in schwarz. Ja, das sieht doch schon gut aus. Schuhe. Ach, Schuhe muss ich ja auch noch, ne? Sportbekleidung. Nein. Die in grün finde ich gut. Hier muss ich auch noch mal zu Schuhen. Die in grün finde ich echt gut. Aber hier nehme ich sie in blau. Genau. Guck du mal. Schuhe. So ist gut. Das. Da habe ich bitte keine Schuhe an. Genau. Badebekleidung ist einmal so. Und Hose. Äh, so. Nee, rot. Rot ist gut. Schuhe bitte keine. Accessoires. Brille. Ich trage keine Brillen. Gut. Persönlichkeit. Das ist interessant. So, fangen wir mal an. Merkmal hinzufügen. Nein. 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 Bildungspfobisch. Bildungspfobisch. Sich wieder Partnerschaft. Bindungs. Ach so. Böse Bücherwurm. Ka. Kaot. Kaot muss unbedingt rein. Kaot. Computerfreak ist gut. Raubgänge. Ehrgeizig. Ehrgeizig. Glaube ich schon. Feigling. Flirtfaul. Freundlich. Freundlich bin ich auf jeden Fall. Geistensabwesen ab und zu. Genie. Auf jeden Fall. Genügsam geschickt. Kann ich noch mehr? Nein. Dann geht Genie raus. Gut. Guter Kü... Guter Küsser. Hast die Natur. Hitskopf. Kind... Scheiße. Eigentlich müsste ich Kindisch auch dazu nehmen. Aber nee. Leichter Schlaf. Sims mit einem leichten Schlaf wälzen sich die ganze Nacht umher. Nee. Loser. Nee. Mürrisch. Nee. Ordentlich. Das ist natürlich doof. Partylübe bin ich auch nicht perfekt. Sonst ist auch nicht Schlaf. Mütze. Schmeichler. Schnorrer. Sinn für Humor. Sinn für Humor. Gut. Was haben wir hier sonst noch? Spielen. Also mein... Ich hab einen sehr beschissenen Humor. Aber ich hab Sinn für Humor. Wahnsinnig wasserscheu. Alkoholik. Okay. Das passt so. Gut. Das passt schon so. Gut. Lebensziele. Lebenswunsch anpassen. Züchter von Robo-Kreaturen. Der Bastler. Internationale Spitzenspion. Schachlegende. Nachrichtensprecher. Alles können er. Astronaut. Imperator des Bösen. Perfekte Garten. Leben im Luxus. Ist doch geil. Privat-Aquarium. Äh. Familienfreund. Äh. Charisma-Fähigkeit. Perfektionieren. Gitarren. Nee. Gitarre. Herzensbrecher. Illusion. In Geld schwimmen. In Geld schwimmen ist geil. Das ist geil. In Geld schwimmen. Achso. Ich kann das ändern. Nein. Das war nicht. Prüfer. In Geld schwimmen. Meister der Küche. Meister die. Perfekter Geist. Perfekter Körper. Nee. Renaissance. Rockstar. Ah. Nein. 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 Das wäre auch nicht schlecht. Aber in Geld schwimmen ist erst mal gut. Würde ich fast sagen. Gut. Gucken wir mal hier. Lieblingsessen. Waffeln. Am Arme Ritter ist geil. Oh. Pfannkuchen. Hahaha. Makarinen mit Käse. Hot celebratekuchen. Gegrillter Lachs. Gegrillter Käse. Fish and Chips. Nee. Nee. Nie. 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 Nee. Ich glaub, dann bleibts an... Bleibts wirklich am Hotdog? Hotdog, Tatoop, Kekse, Nara, Kekse. Ich verstehe das, das ist auch nicht schlecht. Sushi. Steak. Okay, es bleibt bei Steak. Lieblingsmusik. Elektro-Pop, Latein. Lat... Latim. Kinder! Klassik, nee. Pop ist gut. Lieblingsfarbe, blau, aber hellblau, bitte. Das ist gut. Sternzeichen. Fische, Fische ist gut. Gut. Sehr schön. Das war's. Annehmen. Mardunza. Perfekt. Produktion. Gut. Sehr schön. Geht los, meine lieben Freunde. Gut. Gut, meine lieben Freunde, das war's mit der ersten Folge. Es ging wahrscheinlich ein wenig länger. Ich guck mal, wie lange, um genau zu sein. Ich weiß es gerade nämlich nicht. Hallo, Henny. Auf zu spinnen. So, Uhr. Ach. Ich bin doof. Ich hab die Uhr gar nicht weiterlaufen lassen. Ist egal. Gut. Ja, bewegen ist gut. Das ist schön, so schön, wundervoll. Gut. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder. Das hier war die erste Folge von hoffentlich ganz vielen. Bis dahin. Ciao, ciao. Und auf wieder. Tschüss. 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 Tschüss.